Ich bin Twilight Sparkle, die Prinzessin der Freundschaft. Ich sorge dafür, dass es im Leben eines jeden Ponys Magie, Musik und, ihr wisst schon, Freundschaft gibt. Hoi, ich bin Larina. Ich mache nachher mit Petris Egli ein Interview. Hallo zusammen! Kinder, ihr seid ihr von Stars heute. Seid ihr jetzt Stars? Ist sie das echt? Sie ist es, sie ist es! Hallöchen, welches Pony hat hier die Light-Off? Hoi, Berthe, wie ist Egli, was machst du da? Heute ist die grosse Kinopremiere in der Schweiz in Zürich von My Little Pony. You will cry Das ist Pinkie Pie und ich habe Skystar gesprochen. Das ist die Prinzessin der Unterwasserwelt. Zum Beispiel Freundschaftsarmbänder aus Muscheln, Bilderrahmen aus Muscheln, hübsche Mülleime auch aus Muscheln. Ganz schön, aber ich glaube, dein Armband aus Muscheln klackert ein bisschen beim Sprechen. Das musst du vielleicht zur Seite. Oh. Ich habe englisch gerade ein Freundschaftsarmband aus Muscheln gemacht. Das Muscheln. Weil Skystar macht alles aus Muscheln. Und am 5. Oktober sieht man sie in allen Kinos in der Schweiz. Ich bin aufgeregt! Ich bin aufgeregt! Ihr Pony seid doch verrückt! Welches ist deine Lieblingsfigur? Ähm... Pinkie Pie. Also haben wir Pinkie Pie da. Und bist du schon aufgeregt, dass du den Film schauen darfst? Ja. Joe! Schlägt euch Haufen zusammen für Kommandantin Tempest! Ab heute habe ich hier das Sagen. Was freust du dich am Allermeisten? Ähm... Alles! Auf alles! Das ist doch das Beste! Weil mir geht es auch so. Wenn man sich auf alles freut, dann hat man am meisten Freude, oder? Ja! Ja! Und was ist denn dein grosser Traum? Willst du auch mal im Kino sein? Irgendwo? Ja! Willst du Schauspielerin werden? Nein! Kindeskelehrerin! Kindeskelehrerin! Ich bin Prinzessin Twilight! Entschuldige, wie ich aussehe! Normalerweise bin ich nicht so... Wie peinlich! ...mit Kuchen beschmiert? Hehehehe! Hinweis auf Buttercreme! Hinweis bestätigt! Sauber machen! Wir zeigen euch Punnies, wie man richtig kämpft! Das ist die Magie der... Ja ja! Der Freundschaft! Und Blumen! Und Punnies! Und bläh! Und dann würdest du im Kindeske aber auch die Ponies mitnehmen? Ja! Ja! Sehr schön! Dann danke ich vielmals für das Interview und wünsche dir ganz viel Spass im Kino bei My Little Pony! Danke! Danke! Danke vielmals! 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 Vielen Dank.